Guten Morgen! Fünfter Tag in Playa del Inglés, Gran Canaria. Heute habe ich mich leider Gottes verschlafen, den Wecker nicht gestellt. Das ist blöd, weil ich geplant eine Tour mit 1800 bis 1900 Höhenmeter, die kann ich mir jetzt abschminken, weil das geht sich nicht mehr aus. Jetzt fahre ich halt nach Puerto Rico, das habe ich für morgen geplant. Das wäre die letzte Tagestour gewesen. Für morgen muss ich mir dann was anderes einfallen lassen, weil die 1900 Höhenmeter Tour kann ich morgen nicht nachholen, weil ich ja vor 18 Uhr auf jeden Fall das Rad zurückbringen muss. Wie auch immer, ich freue mich! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020